Fekker-Hagnerstraße, 4 Zimmer, Küche, Badwohnung im Dachgeschoss. Wir betreten die Wohnung. Wir sind hier im Flur. Von hier aus geht es in das erste Bad. Ein kleines Duschbad mit Toilette, Waschbecken und Dusche. Wieder zurück in den Flur. In das erste Zimmer. Zurück in den Flur. In das zweite Zimmer. Zurück in den Flur, in das dritte Zimmer. Hier werden jetzt noch Male Arbeiten ausgeführt. Zurück in den Flur. In die Küche. In der Küche befindet sich eine große Installationswand und ein Abstellraum, in welchem die Gasetagenheizung für die Wohnung untergebracht ist. Zurück in den Flur. Zurück in den Flur. In das große Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer kommt man noch auf den Balkon. Heute etwas verregnet. Und dann haben wir zuletzt noch das Badezimmer. Mit Waschmaschinenanschluss, zwei Waschbecken, Toilette und einer Badewanne. Zurück in den Flur. 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 Zurück in den Flur.